Hallöchen, liebe Graz-Hüpfer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Jetzt da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren, bis ich bereit bin, gen Windhelm zu marschieren. Sehr schön, äh, bei Skyrim. Und wir wollten uns mit dem netten Onkel etwas Neues holen. So. Ich stecke ihn ja schon wieder ein, meine Güte. Jetzt, da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren, bis ich bereit bin, gen Windhelm zu marschieren. Ich verlasse mich mittlerweile sehr auf euch. Ja, das ist ja nett. Dankeschön. Es ist so logisch, dass ihr in die höheren Offiziersränge aufsteigt. Hiermit befördere ich euch zum Legat. In Namen des Kaiserreichs und in meinem eigenen Namen, bitte nehmt dieses Geschenk und euren neuen Rang an. Was kriegen wir? Dankeschön. Ihm, Erzrüstung. Und wir... Äh... Wir werden es zurückerobern. Ja. Und glaubt ja nicht, dass ich vergessen habe, dass ihr es wart, der es Ulfrig überlassen hat. Uh, sehen wir gut aus. Und wir gehen mal schön langsam, liebe Graziefahrt, da aus der Türe raus. Wenn ich mich heute etwas öfter räuspern muss, tut mir leid. Ich habe heute irgendwie so einen trockenen Hals, obwohl ich viel trinke und ich weiß echt nicht, woran es liegt. Du trägst zu viel und kannst dich trennen. Unser neues Lebensmotto. So, ein netter Ladebildschirm. Hallo. Ich bin der Nagonia. Die Straße nach Weislauf ist derzeit nicht sicher. Viele Reisende sind in der Gegend von Drachenbrügge spurlos verschwunden. Hm, Drachenbrügge-Karte aktualisiert. Hm, ich glaube, ich werde die Ebenerzrüstung, die wir bekommen haben, weil es ist eine normale Ebenerzrüstung. Keine magische, schauen wir mal in der Kleidung. Ist eine stinknormale Ebenerzrüstung. Ist doch sehr nett, dass wir das bekommen haben. Gestütt können wir mal verzaubern. Ist doch sehr nett, dass wir das bekommen haben, aber... Sie ist einfach zu schwer. Genau. Genau, weitermachen. So. Dann laufen wir mal. Äh. Sehen wir nicht wunderschön aus? Komm, es gibt zu. Wir sind schon ein kleines Schmuckstück. Wir sind schon sehr nice. Wir sind auch sehr nice. So. Da war hier unten irgendwo ein Geschäft. So ein doofer Pfeilmacher, falls ihr euch noch erinnern könnt. Dieser Typ, der so... Dann wollt ihr sicher auch noch... Einen Küche aus dem Miet rauskommt oder sowas, was der Typ gesagt hat. War der da drüben irgendwo? Und die Musik in Skyrim ist echt ein... Näh. Ist echt ein Wahnsinn. Mal wieder kurz was trinken. So. Genießen wir es inzwischen. Hallo. Ja. Ja, das will ich auch hoffen. Ich bin Legat. Also etwas mehr Respekt. Respektiert den Legat. Soldat. Was ist das? Atwas Haus. Ne, ich glaube nicht, dass Atwa uns was verkaufen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann in den Tunnel. Na, wer kennt's? Äh, ist auch ein anderes Haus. Man kann auch nämlich übrigens nicht schnell reisen, wenn man zu schwer ist. Es hat seine Nachteile. Aber wir müssen ja alles mitnehmen. Junge, was ist mit deinen Augen passiert? Ich hab mit Leid mit einem alten Verrückten. Nein. Nein. Du alter Verrückter, du. Schnarch. Tut mir leid, wenn's jetzt etwas länger dauert. Was ist das hier? Hilda. Dann üb mal, wenn's ich leider. Oh ja! Ja, gerne. Noch die... Oh, die Arme. Oh, ho. Die arme Frau. So. Oh ja, es wird Nacht. Gut, das heißt, wir müssen ein bisschen morgen in der Früh warten. So zehn Stunden müssen eigentlich reichen. Düpidipadu. Ist ja total spannend hier. Ich glaub, wir werden mindestens die Hälfte der Folge hier vergolden, bis wir... Äh... Bis wir die Sachen verkaufen können. Ich habe den Knochen gefunden. Ich habe ihn euch gebracht. Und da bin ich zurückgewiesen. Äh... Okay. Ich werd mal ganz kurz cheaten, dass wir etwas schneller die Sachen verkaufen können, weil... Äh... Sonst... Äh... Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholz-Geraspel gehört. Hehe. Geraspel. Er hat mit leicht mit einem alten Verrückten... Ja, ja. Was ist da Geiles? Lauch! Du Lauch! So, und hier unten sollten wir einige Dinge verkaufen können. Hier am Beispiel da. Kram mit Charm. Öffnen. Perfekt. Der kriegt eine Rüstung. Da hat er keinen Kram mehr. So, können wir TGM kurz ausschalten. Was? Ich wollte nur nicht, dass wir ihn nicht allzu lange brauchen. So. Da sind wir. So. In euren Augen brennt ein gewisses... Na? Na? Wie bei meinem Bayran. Bitte seht euch doch um. Wir haben alles Mögliche. Gerne. Darf ich dir was verkaufen, meine Liebe? Für mich sind es Schätze. Gut, dann kriegst du ein paar Schätze. Äh. Glas-Testring lassen wir mal. Ach Gott, wir haben es verkauft. Gut. So. Den Rest lasse ich dir, meine Liebe. Tschüss. Gerne. Hallo, mein kleiner Freund. Ich dachte, dass Abenteure ein gefährlich aussehender Haufen sind. Und? Okay, das war's. Nettes Gespräch. Junge Mann. Nettes Gespräch. So, wo müssen wir lang? Wir müssen da entlang. Richtung den Westen. Nicht einschlafen, Soldat. Ab nach Himmelsrand. Wir sind jetzt Legat. Legata Christi. Wuhu. Ah, ihr habt doch die Schluchtweierhexen erledigt, nicht wahr? Wie kann ich euch helfen, Gefährte? Der ist nett. Bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir. So, in die Richtung müssen wir. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Na und fern. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na. So. Dann laufen wir mal. Hallo, lieber Kutscher. Du siehst ein bisschen anders aus als sonst. Könntest du an der einen Mod liegen, die ich installiert habe. Aber eigentlich habe ich nur eine Mod installiert, dass wir jetzt nachher Cloaks haben. Ding Dong. Wir müssen in die Richtung, deswegen... Warum nicht durchs Wasser? Ja. Eine ganz kurze Frage. So ein Kopf ist doch leer. Können wir irgendwo was kochen? Ich will mal was kochen. Apropos kochen. Ich habe ein Skyrim. Oh. Sicher ein Schlachterfisch. Ja. Yay, ähm. Ich hätte ein... Ich hätte ein Elder Scrolls Kochbuch. Und ihr habt euch ja gewünschen... Gewünscht? Äh. Gewünschen, dass wir öfter solche Kochvideos machen. Wann das nächste kommt, weiß ich noch nicht. Moment. Dämmerbrecher. Welche Waffe nehmen wir? Wir brauchen immer wieder Seelen. So. Eine Seele. Und wir sind vergiftet worden. Sehr schön. Äh. Ja, ihr wolltet ja... mehr Koch folgen. Und... Daran will ich mich auch halten. Euer Wunsch ist mir befehl. Zwecks der Kochfolgen... Hätte ich mir gedacht, dass wir beim nächsten Mal eine... Äh... Ja, etwas aus Himmelsrand machen. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir müssen da rüber. Da ist übrigens ein neuer Ort, den wir entdecken können. Sehr schön. Ich hoffe, dass ich nicht allzu lang jetzt schon aufnehme, aber ich glaube nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch nicht so lang ist. Mir kommt es erst für ein paar Minuten vor. Pa-da-dam-pam. 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 Das hört sich ganz klar nach einem Mieze-Kätzchen an. Moment. Ich brauche eine andere Waffe für dich. Objekte. Waffe. Schwert der Klingeln müssten wir auch nochmal verzaubern. Nee. Wirst du wohl aufhören? Da-da-da-da-nit. Beißi, beißi. Böses Drachi-Wachi. Schau, ist da... Ich brenne für dich, mein Schatz. Wir haben eine sehr innige Beziehung. Unsere Beziehung ist... Ja, wie soll ich sagen? Ja, ja, deine Seele, bitte. Unsere... Beziehung steckt voller Leidenschaft. Juh, eine Drachenseele. So, dann schauen wir mal, dass wir zu dem Pfeil... Zu dem... Zu dem Pfeil hinkommen. Nanananananana. Ich will keinen Umweg gehen. Ich will darüber... Und auch nicht runterfallen. Das wäre droh, weil dann wären wir T.U.T. Lass mich warten, wir kommen da nicht durch. Wölfe, die lassen wir uns mal in Ruhe. Die lassen uns hoffentlich auch in Ruhe. Da-da-da-da-da-m. Da-da-da-da-m. Da unten ist eine Burg. Die müssen wir wahrscheinlich später erobern. Gehe ich mal fest davon aus. Und zur Dämmerwacht werden wir auch bald mal hingehen. Oh, Richtung Süden. Wie weit sind wir eigentlich noch weg? Wo ist denn das Pfeilchen? Äh, wo ist der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Huiuiui. Und wir sind erst... Oh Gott, da können wir noch lange laufen. Aber, ich würde sagen, wir laufen in der nächsten Folge dahin. Vielen Dank, liebe Grazupfer fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Und vergesst nicht, wenn ihr Hunger habt, esst ein Brötchen. Wenn nicht, esst kein Brötchen. Bis zum nächsten Mal. Wenn's heißt, let's play Skyrim. Euer Grazupfer. Tschüssi. Es ist ein Welt, eine große Maschine. Ich denke, es ist eine andere Seite. Das war's für heute, und das war's für heute.